Bahia Principe Hotels & Resorts wird 20. 20 Jahre Enthusiasmus und Visionen. 20 Jahre neu entdeckter Paradiese. Hingabe, Service, Bemühung, Freude, Verpflichtung. 20 Jahre Arbeit an einer Idee. Eine Marke aufzubauen, die solide, groß und flexibel genug ist, um die Träume der Menschen zu erfüllen, um den besten Urlaub und die besten Reisen der Welt Wirklichkeit werden zu lassen. In diesen 20 Jahren wurde das Bahia Principe Konzept auf 25 Resorts mit über 11.000 Zimmern ausgedehnt. Auf eine Organisation mit über 10.000 Fachkräften, die dieselben Visionen teilen. Auf die Gegenden und Reiseziele mit den besten Stränden der Erde. Auf eine dauerhafte Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Kommunen, in denen wir uns angesiedelt haben. Nicht nur für ein Zusammenleben in der Gegenwart, sondern auch für eine bessere Zukunft. Auf einer auf Nachhaltigkeit beruhenden Entwicklung unseres Unternehmens sowie der Gesellschaft, an die wir uns richten und der wir unsere Dienstleistungen anbieten. Jetzt, mit der Erfahrung zweier Jahrzehnte und Millionen zufriedener Gäste, möchten wir neue Impulse setzen und zugleich unsere Identität wahren, indem wir diese klassischen Werte verstärken, die uns bei der Menschenkenntnis vorangehen. Ein neues Markenkonzept, das den echten Bahia Principe Spirit wahrt, um ihn mit Blick auf die Zukunft zu konsolidieren. Und zwar aus einer Perspektive der Innovation im Bereich Management und Kommunikation mit unserem Zielpublikum. Das Jahr 2015 wird das Jahr der Konsolidierung dieses Kurses sein, der 1995 an einem glücklichen Tag begann, als wir im Norden der Dominikanischen Republik die Gegend von Rio San Juan entdeckten. Unser erster Traum, das Gran Bahia Principe San Juan, das wir soeben wieder eröffnet haben, nachdem wir unsere exklusivsten Serviceleistungen der Luxuskategorie ins Programm aufnahmen. Und ebenfalls 2015 lässt Bahia Principe als globale Hotelmarke mit seiner Berufung zur Expansion und ständiger Diversifizierung einen weiteren Traumwörtlichkeit werden. Dieses Mal auf der Karibikinsel Aroba, unserem neuesten Paradies, das 2016 unter dem Namen Luxury Bahia Principe Baby Beach Don Pablo Collection auf den Markt kommen wird. Das neue Haus wird in der höchsten Kategorie der Pinero Gruppe angesiedelt sein und über 950 Junior Suites und Suites an einem paradiesischen Strand im Süden der sogenannten glücklichen Insel verfügen. 20 Jahre Wachstum eines globalen Konzepts, eines Luxuskonzepts, eines anderen Urlaubskonzepts, eines Konzepts mit individueller Betreuung, mit Service, mit Natur, mit Stränden, eines Konzepts der Glückseligkeit, der Gemeinschaft. Bahia Principe, gemeinsam, gemeinsam mit der großen Familie, die die Pinero Gruppe bildet, unseren Mitarbeitern, unseren Zulieferern, unseren Gesellschaftern, unseren Freunden und vor allem unseren Gästen, die die Seele unserer Organisation und Verpflichtung zur Servicegarantie sind. Bahia Principe Hotels & Resorts – wir erfüllen seit 20 Jahren Träume. Vielen Dank.